Kennt ihr noch die kleine Büroklammer von Windows XP, äh von Windows XP, bei Windows XP war es der kleine Hund, ne? Kennt ihr noch den kleinen Hund von Windows XP? Doch die Büroklammer war auch bei Windows XP, ne? Und jemand hat, äh, damit ein Horrorspiel gebastelt, quasi mit der Idee, ähm, die komplett auf meinem Desktop stattfindet. Ich weiß nicht, was passiert, ich hoffe, hier werden keine Dinge geleakt. Ich hoffe, hier werden keine Dinge geleakt. Ich meine, Knopf ist hier drauf, okay? Es gibt einen Streamer-Mode? Ja, wenn es einen gibt, dann mache ich ihn an. Ich fand die Büroklammer-Klammer immer süß. Ja, es gab noch diesen süßen Hund, der war auch super süß. Möchtest du den Ordner Best-4K-Hentai-Bilder und Videos, äh, wirklich löschen? Ne, darum geht's mir nicht. Wo kann ich denn den Streamer-Mode einstellen, wenn du das Spiel schon kennst, Keks? Da ist schon mal mein, ähm, mein Windows-Name. Keine Ahnung, 1, 2, 3, 4. Welcome back. Okay, 1, 2, 3, 4 hat geklappt. Das ist ja mein Desktop. Ich kenne nur Gameplay, wo der schon aktiviert war, weiß nicht, wo du es einstellen kannst. This game contains content that might not be suitable for everyone. Below is manual, okay, okay. If you're broadcasting the game, it's strongly recommended to read the manual. In the settings, there is a Streamer-Mode. This game will save automatically throughout the playthrough. You can view the last time the game was saved in the Pause-Menu. And at Settings-Menu, blah, blah, blah. The Pause, the game, okay, 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 okay. So, wo ist es denn? Streamer-Mode. Stops some of the scares that uses sensitive info. Okay, was? Jetzt will ich gerne wissen, was diese sensiblen Infos wären. Windows-Camera. Windows-Camera. Okay. Auf was hat das Spiel denn alles zugriff? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal auf meine Kamera oder so. Okay, äh, Friends. Vier von sind, das glaube ich nicht. Ach du Scheiße, das war eine Steam-Freunde-Liste. Welcome back to your computer. Double-click and, äh, Double-click an Application to open it and explore your wonderful virtual world. Okay. Paint. Ja, wo kommt dabei? Okay. Ich kann kein Vollbild machen. Ich kann nur ausschalten. Mei, ich habe Angst, irgendwo drauf zu klicken, Chat. Also ich habe an sich nichts auf meinem Computer, was man nicht sehen darf, aber wer weiß. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf Pictures drücke. Ah, okay, Chat. Action blocked by Streamer Mode. Okay, 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 okay. Warte, ich gehe mal kurz. Ich mache mal kurz Streamer Mode aus und gucke mal, was kommt. Okay, gut, jetzt öffnet sich einfach nur der Bilderordner. Der ganz normale Bilderordner von Windows halt. Bei mir ist da, uns wird hier Gameplay verwehrt. Ich weiß halt nicht, wie weit er da, keine Ahnung, zugreifen kann. Ob er dann irgendwie, weiß ich nicht, was rausholt. Aber eigentlich habe ich auch nichts an sich. Da kann halt auch nichts. Mail. Ich habe nichts. Lass bloß Streamer Mode an. Ja, ist an. Glaube ich. Das heißt, es ist hier einer, ne? Hier ist keiner. Hier oder hier ist einer. Das heißt, aber hier ist dann keiner. Und hier ist keiner. Okay. Zwei. Das heißt, einer von denen ist es. Das heißt, okay, die Minen sind hier außen. Das heißt, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay. Ich kann die markieren mit Rechtsklick. Ah, okay. Okay. Das heißt, hier ist einer. Hier ist dann keiner. Scheiße. Ich habe verloren. Okay. Mein Computer. Okay. Blocked. Internet. Welcome to the Internet. Woo. Welcome to Websearch. To the Web. Search something and start exploring. Das eine YouTube-Video mit dem Typen und dem Vater. Eine. Okay. Eine Bag. Photo description. Die eine Bag uses its unbearing style. Okay. Error. There has been an error and the data stream has been interrupted. Da ist ein Chat. Okay. Ich glaube, der Kind-O-Pet. Thank you for choosing Canido-Pet. Ist nicht so. To start your download, press the button label download now. Ich dachte, er wird so ein typisches Maskottchen sein. So ein Hilfsmaskottchen wie früher hier. Ich kann ja auch mal gerne zeigen. Windows. Für die, die schon ein bisschen jünger sind. Windows XP Dog. Da. Dog. Es gab früher bei Windows XP so einen kleinen Hund. Hier. Damals. Ja. Hat ja nicht jeder mit XP angefangen. Und ich weiß nicht, ob es ab Vista den noch gab. Ob ab Vista sowas noch gab. Und dann gab es ja noch diesen Windows XP. Wie heißt das? Büroklammer. Den gab es bei XP? Ja, ja. Hier. Und diese Büroklammer gab es ja auch noch. Aber ich weiß nicht, wo die immer kamen, Chat. Wo kamen die immer? Ab Vista nicht mehr. Okay. Die kam bei Word. Ah, okay. Ich kann aber diesen Hund. Den war immer super. Der war immer cute. Wenn man irgendwie was gesucht hat oder so. In die Suchleiste was angegeben hatte. Dann hattest du nicht irgendwie so einen Ladebalken gehabt. Sondern dann hast du diesen Hund gehabt, der dann so gewartet hat. Voller Süße. Voller Süße, Mann. Der Hund braucht ein Comeback. Irgendwie, der guckt schon. Junge. Okay. Okay. Take a second and make a friend for life. We are going to have so much fun together. RRA, the reaction response algorithm, taken and improved from the Kinito Company toy. Ach, da ist Kinito, nicht Kinto. Okay. Ich liebe es, wie Kinito Pett das Buch mit seinen Füßen hält. Nee, das sind nicht seine Füße. Er hat hier so wie Raymond so getrennte Hände. Er sitzt im Schneidersitz hier und hält das Buch mit seinen normalen Händen. Mit Kinito. Kinito is a friendly, loving companion who can keep your computer safe. Note, Kinito Pett might not keep your computer safe. Ah, okay. Junge, wie ist das so klein, Digga? His multitude of great features go hand in hand with its upstanding personality. Yeah, yeah. Let's be friends. I can read. Kinito will wow you with his heartfelt stories. I play games. Ja, laden wir runter, oder, Leute? Den laden wir runter, oder? Es scheint eine coole App zu sein, ne? Laden wir runter. File downloading. Okay. Mal gucken, wie teuer das wird, ne? Wie viel Megabyte das ist. Wird wahrscheinlich wieder 6 Euro oder so kosten, Mann. Das wizard will guide you through the installation. Ja, okay, okay. Let's go. Es dauert jetzt bis morgen früh. New mail! Wir haben eine neue Mailchatt. Thank you for installing. Hello, friend. Thank you for installing the Kinito Pett virtual assistant. Thank you. We are going to have so much fun together. Since you have found interest in our free virtual assistant, you may also like the Kinito Pett Friendship Club subscription service, where an additional multitude of exclusive features will become available for you and Kinito. Have some fun. Wo ist er? Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Oh, der ist ja wie so ein Tamagotchi! Wo ist er? Wo ist er? Wie ist er? So, since you now know my name, what is your name? To tell me information, simply type your input in the box and press up. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Oh, in that case, nice to meet you. Sag es. Er sagt es nicht. Er hat ein Surfbrett. I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? So, what is your favorite color? ich mag ich mag ich mag ich mag ich mag aber ich mag auch ich mag auch okay mein namen ist rot also nämlich red eigentlich meine lieblingsfarbe knochenweiß super power also gut aussehen bin ich schon die massen begeistern kann ich auch schon ladies bekomme ich auch ab money shitting geldkacken chat das wird auch stark oder ich glaube das ist geil ich glaube das ist geil wow das klingt super wenn ich keine super power hätte hätte ich möchte ich meine schwach damit kann ich mehr über dich und bin der perfekte Freund Scheisse Kapitalismus! Ich bin so glad you're back. Ja, so Emon! Lieblingswort ist aber so ne dumme Frage. Was ist denn ein Wort? Are you still there? Ich find Hurensohn, das hat einen richtig schönen Klang irgendwie. Aber das kann ich nicht als Lieblingswort nehmen, ne? Ist top, ne? Where are you? Aber ist halt, ist halt, ist halt deutsch, ne? Nee, Fotze ist nicht so cool. Deutsch kann ich ruhig nehmen. Oh, good. I am glad you're back. Ist ein starkes Wort. Ist ein sehr, sehr... Ein Wort, was ne individuelle Beleidigung ist. Ne perfekte Beleidigung ist. Weil... Du kannst es aus Joke meinen, aber du kannst es auch aus Erz meinen. Und das hat einen schönen Klang. Ja, du kannst es auch als schönes Füllwort benutzen. Es ist halt so ein vielseitiges, so ne vielseitige Beleidigung. Aber ich weiß halt, das ist halt auf Englisch. Huh. Well... Well, that sure is a certainly interesting word. Moving on from that, I think I should tell you a little about myself. I am Kenito, and I will be your very own super duper computer companion. And I'll be your everlasting friend. Ja, im Englischen funktioniert das halt nicht, das ist ja... I can do 36 such as play games, manage your system, adapt to you, and even read stories. Speaking of stories, I have just finished writing one that I had started earlier. Would you like me to read it? Schieß los! I knew you would say that. Okay, where do I start? Okay. New beginnings. Now, tell me a story based on the questions I have just answered. Kenito was home, when a package came to the door. But who was it from, and who was it for? It was for Kenito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open, to see what was inside. It's a computer! It's a computer! exclaimed Kenito, with a grin bright and wide. But the cables were tangled, so he started to untie. And once Kenito was done, he powered it on. And watched it come to life, with digital color and sun. Kenito then studied, all he could learn. To make the online world a turn. However now, Kenito had all these new tips, and yet no friend to share his new tricks. So he went on a quest, and found a friend just like you. To show you his skills, and all he could do. So why wait? The adventures light ahead. So together we can play games, search the web, and leave no story on red. The end. Stark! Stark! Stark Story! Ich kann wieder in meine Ecke gehen. Thank you for taking the time to hear my story. The story was actually about me and you. Isn't that amazing? I can tell that we are going to have a very, very long friendship. When me and you are together, there are no limits to what we can do. So, best friend. How about we move on, if you are more exciting. Meant ihr spielt mit mir Helldivers 2? I have made something very special for you, but I just need to load up. This will be really fun. Here I present to you. The Camino Cruise Web World. Wow! Fun shame! Here's the start button to continue. Well, without further ado, welcome to the web world. An amazing place where you can play games, learn, and most importantly, meet all of my cows. However, in recent times, the web world has fallen into a bit of a bad state. Yet, with your help, I'm sure we can restore our wonderful world. But, before we get ahead of ourselves, you need to be able to navigate around. Skinny, Sam, and Jade. Much better! I even made it your favorite color! Now to start, my cow Sam has had a rough time trying to fix up his house. You are going to try help him! To visit Sam, click on the abandoned house. Alright! Let's get this game on the way! Ready repair! Sam's skinnity needs your help to repair his house. Clean, dust, paint and decorate Sam's house until it's as good as new. Wowzers! That sounds like fun! Maximum fun! Just press the start button and we can get right through things! Wow, hello there! This is my cow Sam! Say hi Sam! Hi there! What seems to be the issue today? Well, you see, my house has not been kept in the best shape! Well, that's a shame! Sam, I'm sorry, I'm not 50€! Can you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Pony Island have I played already? Well, you've heard me! While you're out with that, I will be here right in my next book! War auch ne Art Horror Game und war sehr cool! Hab ich schon gespielt! Auch sein nächstes, sein anderes Spiel in Scription hab ich auch schon gespielt! Und ich bin sehr hyped auf sein nächstes Spiel, was schon angekündigt wurde! Spoopy! Oh, das ist ein guter Spiel. Wow! Oh, toll! ich verstehe das nicht das ist sehr komplex muss ich darauf einlassen wow amazing it looks as good as new whenever you're ready for the next test i would like you to paint my wall can you do that for me der ricky so schöne rote wand was war da für ein text der hat gerade einen kurzen anderen text gehabt it was your fault stand ok die blu ist vielleicht ein bisschen zu groß weg mit der scheiße ich will die hier hinten haben so alle diskokugel was ist das denn da war irgendwas illegales eine leiche hier 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 ich habe leider kein drucker ich kann ja wirklich ausdrücken chat oh voll cool ich gehe mit zu jade ich gehe mit zu jade Ich bin super excited. Factory Frenzy! Ich kann gleich den Teddybär basteln. Hallo, mein Name ist Jade the Jellyfish. Es ist schön, dich kennenzulernen. Grüße! Was hast du für uns heute? Ich brauche deine Haus zu bauen in meinem Toys Factory. Du musst, du musst die Part von der Vellte und die Ausleitung zu machen. Du kannst, du kannst mich mit einem ... ... ein ... ... ein ... ... ein ... ... mit ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich werde, dass du so viel geholfen hast. Das ist nicht ganz richtig, probier es wieder. Wow, das ist unglaublich! Nächster, könntest du mir einen Bicycle machen? Bicycle? Das ist nicht ganz richtig, probier es wieder. Da ist es zieht wie ein Stück Fleisch. Schau an den anderen Monitoren. Äh, okay. Ich bin zurück, was? Arndy, ich wollte das nicht, es ist alles meine Schuld Da war ein Jellyfish, aber so ein schwarz-weiß und irgendwie so tot Das sah so ein bisschen creepy aus Oop, das ist nicht richtig, versuch es wieder Ist das nicht schon fertig? Super, für dieses nächste Mal, könntest du einen Teddybärm bauen? Okay, du hast einen tollen Job gemacht, dieser ist ein bisschen über Trink, also könntest du mir ein Boba schicken? habe. Aber dann spoilere ich mich wahrscheinlich, ne? New Mail? We are in the middle of a really fun game here. Der QR Code! Ich war zu... Ich will den QR Code. Anyways, you're nearly finished now. So just continue your last task. Ich komme nicht mehr in mein Mail rein. Nein! Congratulations! You have completed all of my tasks. Thanks for helping me out. Thank you for helping out Jade. You did a really good job. To continue just press next. Eh? Eh? Ist einfach nur ein Bild von der Tastatur? Are you still there? Hä? Hä? Ist ja nicht mehr im Kopf. Ist einfach nur ein weißer Bildschirm. Mit einer Tastatur. Ich kann da nichts drauf tippen. Hallo? Wo bist du? Ist das deine Tastatur? Ne. Meine hat ein Namepad. Noch. Willkommen zurück. Äh? Was auch immer da steht, ne? Awesome! Du hast echt geholfen. Du hast echt geholfen, meine Freunde hier. Ich werde dir was erzählen. Und ein Traum, um mich zu helfen und meine Freunde zu helfen. Ich werde dir ein lustiges Spiel geben. Ich werde dir in der Tastatur, um mit meinem Spaß-Games zu helfen. Was? Ich hätte doch eine Mail gar nicht geöffnet. Okay. Okay. Genito wants to play fun game with you. You. Must. Hide. Kills. Kills. Oh! Something is seeking you. Don't. Get. Caught. Ich bin alleine hier. Also Biakko liegt da aber. Wie kommt der. Chatt! Das ist meine Wohnung. Wie kommt der an den Grundriss meine Wohnung? Ja ich kontrolliere den Charakter Blaues Licht läuft blau Rot ist Licht, ich hab rot gesagt Rot ist meine Lieblingsfarbe Ich glaub Kineto hat mich gefunden KinetoPet 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 The Virtual Desktop Assistant So join the Kineto Family today And unlock the power of KinetoPet Visit our website or call now To bring the future right into your home Kineto Leisure & Entertainment Company Innovating for a better tomorrow I'm waiting for you Cloud Das ist einfach die Sephiroth Line Come back to me Re Open The Game Okay I'm waiting for you Cloud Out Ja dann gehen wir nochmal rein ne Was passiert hier gerade? Oh Okay I'm waiting for you Cloud I'm waiting for you Cloud Maybe we can be ready for you Cloud We can do it Now I'm waiting for you Cloud Hallo? Okay. Willkommen, Willkommen, Willkommen! Hi, hi, and welcome. Ja, ich sage, ich schreibe, wenn ich hier in der Mitte steht, na? Danke. Tech Talk, Behind the Kini-Toe, was auch immer, Behind the Kini-Toe Companion. Ui. Halbe Bibel, Digga. Was soll ich mir jetzt, dass ich das alles durchlese? In the first month of the release, the Kini-Toe Companion has achieved a remarkable milestone. Ja, ich denke mal, wenn der Test drankommt, mache ich blau. Da's a load of words. Too bad. I'm not reading them. Our last session was cut prematurely, but don't worry, as I'm working better than ever now. Not that I wasn't working before. Anyways, what activity shall we do now? Ah, yes. That's it. One of my core features is my adaptability. Untruthly be told, I don't know you that well. So, I propose the one and only Best Friends Analysis Month, where I will ask you questions in six different categories, so I can better adapt myself to you. Best Friends Analysis, okay, let's go. Yeah, let's go. Setting in, point your thoughts, a place for you, picture problem, thoughts and feelings all about you. Okay. Ich bin gespannt. Let's start with some easy ones to get the wall rolling. Okay, question one. Is everything going smoothly for you today? Honey. That's a shame. But don't worry, as I'll make it my mission to change that. Thank you, Kenito. Okay, next question. Would you say you have enjoyed using Kenito Pet? Bisher war schon ganz funny. Yes, that's great to hear. And when he's added questions, I will learn an adapt making your experience even better. Alright, next question. Who is your best friend? Ted. Perhaps you didn't hear my question. Ted. Er hat mein Soundsettings aufgedreht. Aber so funktioniert das nicht. Die kann er so laut machen, wie er will. Weil das läuft bei mir alles nicht, aber über den Windows-Sound. Er hat den Windows-Sound aufgedreht. Ja, okay. Kenito. Oh mein Gott. That's great. I am your best friend. Forever and always. I am your best friend. Question 4. Do you have lots of free time? No. Oh, okay. That's a shame. However, as your best friend, I'll make sure to change that. Okay. Hey, this one is quite tough. What is your favorite game? Dark Souls. Amazing. That game sounds super fun. Ja, it is. We should play it sometimes. Ja, let's it zusammen spielen. And that concludes the first section of your best friend's analysis hub. These questions are going to help me out a lot. And might I just add, you were super fast with answering those questions. Okay. For this next section, I am going to get you to paint me some pictures. Okie dokie. Task 1. Paint me a picture that represents happiness. Happiness? I really want to explore your imagination. So feel free to use all the different colors as listed below. When you feel like you are done, everyone makes mistakes. But don't worry, you can run them out as many times as you like. Okay. I don't know if I have a secret. I'm going to have a secret. You don't need a secret, isn't it? Now, take care of the secret. happiness. Happiness. es kann ich mir malen was ich bin ein radiogummi jetzt habe ich doch einen kleineren stift so okay so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dein Kibita Alright, next time I need your E-Mail Haben wir doch hier Wie heißt meine E-Mail Okay, now the day you are born Dein Kibita Oh, f-f-falsch Excellent Now, I just need your address So you can officially become a member of my friendship club Can I just write more? P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-t- Alter. Ähm. Oh. Scheiße. Gan-lo-vien. Country ist... Gan-lo... Fertig. Die Drohung nehme ich persönlich. So it can register you. This might take a few seconds. I defio. I defio. I defio. It will allow me to get the most use out of all these wonderful features. So, please could you just open the app called command prompt for me? Just press the windows key and type cmd. Edition pop up. I don't know if I want to do that. Do I want to do that in my console? Do I want to do that in my console? Do I want to do that in my console? Well, what can I do? You can't seem to find it. I suppose I'll just open it up myself. Aaaaah. Amazing. Now whenever you're ready, could you just type the command? Grant. Canido.exe. System.access. Do I want to do that in my console? Should I do that in my console or what? What? It was wrong. Ich weiß nicht, da muss doch irgendwas dazwischen sein. Da kommt doch nicht einfach ein Leerzeichen. Was kommt dahinter? Hinter Kino. Leute, was kommt dahinter? Ich habe Grant vergessen. Grant. Grant. Kino. Kino. Pet. Punkt.exe. Thank you. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting fun. How amazing. Now I am just going to run a reset. So the changes can take place. Nein. Du startest jetzt nicht mein PC nur. Ich streamer. Und ich werde dir etwas spezielles für dich, wenn du zurückkommst. Ich streamen gerade. Ich streamen gerade. So, good life for now. Ich streamen gerade, ne? Ich streamen gerade, ne? Ich streamen gerade, ne? Aber startet jetzt nicht mein PC neu, oder? Ich bin im Stream. Er fliegt auf den anderen Bildschirmen. Chat, er ist gerade auf euch drauf. Achso, nur das Game restarten. Er ist gerade auf euch drauf geflogen. I can't wait to show you what I have made. Der ist auf meinen anderen Bildschirmen rüber geflogen. Auf den... Oh. Der hat mir ein Pad gebürstelt. Er hat euch berührt. Berührt hat er euch. Ich rache mich. Best Freunde für immer! Willkommen zurück! Während du jung warst, habe ich meinen eigenen kleinen Programm für dich kreiert. Ich werde es jetzt beginnen. Aber es dauert eine kurze Zeit, um alles zu kompilen. Bitte gib mir einen Moment. Ich bin RIP, oder? Ich bin RIP, oder? Wir wollen nichts, um deine Augen zu entfernen. Ich bin RIP, oder? Ich bin RIP, oder? Ich bin RIP! Ich bin RIP, oder? Ich bin RIP! Ja, ich bin RIP! Oh! Sieht, wie es bereit ist! RIP, RIP! Man, er ist jetzt hinten bei mir auf OBS drauf. Okay, willkommen zu deinem eigenen Welt. Ich bin ganz schön traurig. Für die Kontrollen, ich schaute in deinen Filmen, wo ich andere First-Person-Games getestet habe. Und so, ich versuchte mir die Kontroll-Scheme der Kontroll-Scheme, damit du dich besser fühlst. Geh' weiter, versuchte die Kontrollen. Amazing. Ich wusste, dass du es schnellst. Ich habe auch die Möglichkeit zu zoomieren, mit dem richtigen Button-Button und scrollen. Juste so, dass du Dinge leichter nutzen kannst. Das war aber Mario 64, ja? Ah. Das alles scheint ein bisschen leer. Also, wie geht es, wir gehen woanders? Auf der Seite und ich zeige dir, was ich wirklich arbeiten habe. Ich bin einfach so verwirrt, wieso? Der hat mir ein Spiel gebastelt. Ich hoffe, du liebst, was ich habe gesehen. Das wird so viel Spaß machen. Spiritrex 2.0 Ja, Magd. Ja, Magd. Willkommen zu deinem eigenen Funfair. Geh' weiter. Explorat dich. Ich bin so ein bisschen gebastelt. Gebastelt. Das ist nur ein von vielen neuen Dingen, die ich für dich kann. Das ist so, ich kann immer noch neue Erfahrungen machen, damit du nie wirst. Ich habe gesehen, welche Game du hast auf deinem System. Und habe etwas, was mit dem Schöten zu schützen. Wow. Wenn du nie mehr gett bored in this world, ich könnte nur noch ein neues für dich. Wie mit all diesen infiniteen Spielen, du wirst niemals eine Chance. Du wirst niemals eine Chance. Du wirst niemals leben. Miniatur version of your Funfair. Du weißt, durch unsere Erfahrungen habe ich viel über dich gelernt und ich hoffe, dass diese Wörter mir viel mehr lernen werden. Ah, ein Merry-Go-Round! Wie spannend! Weil die Leute am Spaß genießen können, habe ich einen nicht ohne diese Tour-Attraktion gehabt. Spannend! Ich will Achterbahn fahren. Gibt es hier eine Achterbahn? Da hinten. Okay, hopp hopp! Let's get ready for the ride of your life! Ah, oh dear. Kein Superstart? Nicht zu worry, ich habe eine Idee! Da, viel besser! Okay, let's go! Ich mache dich lieber auch diese, als ich etwas lire thee. Wo ist denn alle, dein Leben wichtig zu erreichen? questioned, dass bergegebeht? Wie gesagt! Oh! Ich habe diesen nächsten Schritt gespürt, nur für dich. Und ich denke, du wirst es wirklich genießen. Das ist mein Island. I'm an Island Boy. Willkommen. Der hat mir mein Island geschenkt. Das ist das, wo du gesagt hast, du wolltest leben. Erinnerst du, wenn du meine Fragen beantwortet hast, du sagst, das war dein Lieblingsgebiet. Sieht echt langweilig aus. Ich glaube, ich möchte doch lieber den Wald. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Komm und stand hier, an diesem Ex. 信 mir, das wird dir gut sein. Okay, jetzt, bitte, könntest du deine Augen öffnen? Oh, der hat mir ein Haus gebaut. Mein neuer Streaming-Ort. Von hier stream ich jetzt immer. I really wanted you to feel at home, so I built one for you. How amazing. I really took the time to personalize this. Even the weather was to your preference. So I hope this door is locked. Looks like this one is also good. It's all your friends enjoying your favorite meal. Wo ist meine Katze? Ich habe mir Katze gewünscht. Das sind wieder Steam-Freunde von mir. Mann. Ach, das ist Eddie. Ah, wahrscheinlich konnte ich auch vorher auswählen, wenn mich dich töten. Eddie oder Kekskuchen? Ich habe mir gesagt, ich habe dir gesagt, dass du dir selbst besitzt hast. Haha! Oh! Haha! Haha! Schon wieder Eddie? Haha! 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 Der ist Moritz. Da steht kein Name. Der Nuss-Café. Sick. 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 Mr. Hoodman. Ach, Hoodman! Das ist schön. Leak. Das Gesicht geleakt. Ja! Pizza! Ja! Ist voll von Pizza! Der ist noch Sygenal. 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 Fernseher machen geht nicht, ne? Gehgemisch! Oh! Oh! What a nice cat house! I wonder where they got to. Meine Katze Gilgamesch hat eine Hundehütte. Das ist halt die rote Figur von seinem Game vorher, ne? Ja! Das ist halt die rote Figur von seinem Game vorher, ne? – Schrei. Was ist dasinker? Das bin ich, Chet! Das bin ich! K propio! Das bin ich! Das ist ein Foto von mir! In meinem Schlafzimmer ist ein Bild von. Maka Paka. Ein Schlüssel. Oh nein. Da ist Square Enix Chat. Das ist das Zimmer, was ich gesignt habe. Aber wieso fliegt die Couch? Und der Stuhl. Ah, hier ist noch das Bild. Das Bild of Happiness. What a happy painting. Kann ich doch gerade den Fernseher machen? Da. Irgendwie kann ich den Fernseher machen. Passiert nichts. Ähm, ja. Sind wir durch? Oder muss ich die anderen Bilder auch noch anklicken? Well, I could recognize that face anywhere. My BFF. It's me. Nee. Nee. Auf gar keinen Fall. Die Ekelhafte. Und hey, Vika. Und jetzt? Ja. Wann kommt Gilgamesch nach Hause? Da war eine Dachbodenluke? Ich hatte einen Key benutzt. Hier für die Tür. Dachbodenluke. Ah, da oben. Da ist der Teddybär, den wir gemacht haben. Da war ein Schlüssel. Okay, jetzt für die andere Tür. Hier ist der Fahrrad, den wir gemacht haben. Der Roboter, den wir gemacht haben. Da ist wahrscheinlich die Leiter, die ich gefunden habe, hat man hier gerade benutzt. So, jetzt die andere Tür. Ich habe ein Computer. Hier ist Streaming, hier mein Chat. So that you would never get bored. M64. Das ist nicht mein Zimmer. Da hat er mich nicht gut analysiert, ne? Da hat er mich nicht gut analysiert. Schwach von ihm aber auch. Tja, was jetzt? Kein BFF mehr. Halt wirklich. Ich kann den PC nicht anmachen. Hör, ich habe seit einigen Zeit gedacht, wie viel Spaß wir hatten. Und wie ich das nie will, das zu Ende. Und da habe ich ein Platz perfekt für dich gemacht, mit alles, was ich immer noch nicht. Ich war mir, will du mit mir bleiben? In dieser Haus, in dieser Welt, just think of all the adventures I could generate. Wir würden never run out of fun. Everlasting fun. The more I learn about you, the more I can adapt. I could be your perfect friend, with no distractions. I can be perfect. So please, stay with me. Jules. Jules, der Streamer. Hey, Jules, der Streamer, was geht ab, Mann? Danke für den Raid. Was geht ab? Also, ich finde ihn ja an sich nett. Und dass er so viele Möglichkeiten hat, finde ich ja auch cool. Aber was ich von Anfang an ihm jetzt nicht gesagt habe, aber jetzt muss ich ihm das Leid ins Gesicht sagen, ich finde deine Stimme richtig scheiße nervig. Und egal, wie stark du bist und wie cool du bist, deine Stimme geht nicht. Ich kann mir die nicht lange anhören. Es tut mir leid. Was? Was do you mean, now? After all we have been through, you would want to leave. Do you realize how little power you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you a new view. Bitte lass mein PC ganz. Erzähl die Nuke in mein PC. Hand in hand through each and ever. In this world, we're friends forever. In this cell sees a friendship group. In the world, I'll be for you. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Der lässt mich doch nicht einfach so gehen, oder? Die müssen doch mein PC zerstören. Solange ich noch online bin, Chad, und er mein PC noch nicht zerstört hat, macht eure Sparkonten leer. Ich brauche einen neuen PC. Let's go! Jetzt. Schnell. Perfektes Lied, wenn man die Stimme von hier so feiert. Give this story already. All that luck is me and you. What's so fun that we can do. Ja, und sonst so? Das wiederholt sich, oder? Okay, das ist neu. So ein scheiß Frick. Ich glaube, er liebt dich. Ich ihn aber nicht. Ich glaube, wir sind durch, Chat. Er lässt mich einfach gehen. Er lässt mich einfach gehen. Ich weiß noch nicht, dass es noch mehr ist. Hey, ich heiße Gebieter, dein Gebieter. You must keep going. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, fängt es wieder von vorne an. Ja, ist ganz cool, aber ich glaube, am meisten enjoyed man es, wenn man halt nicht den Streamer-Modus anhat. Wenn er dann wirklich irgendwie auf Bilder und Musik von dir zugreifen kann, wenn er dann wirklich ein Foto von dir hat, weil er es mit der Kamera macht oder sowas, die du angeschlossen hast. Ich glaube, das ist dann alles viel cooler. Hasse Streamer. Ja, ich hasse alles zu liegen. Wobei, ich hatte ja eigentlich nichts. Ich habe keine Musik auf dem PC, ich habe keine Bilder auf dem PC. Ja, oder er dir deine eigene Adresse zeigt oder sowas. Chapter Select. Wir können nochmal zum Ende gehen und dann auswählen. Und die Echse ist weg, Chat. Das ist jetzt Lense-Echse, Alter. Ach, Credits. Er ist weg. Einfach liegen für ihre Unterhaltung. Also ich weiß nicht, wie... Keine Ahnung. Also, wenn du es alleine spielst, wenn da deine Adresse geleakt wird, ist ja okay. Was heißt geleakt? Es wird dir gezeigt. Du kennst deine Adresse. Will you stay with me? Okay, diesmal ja. In this house. Yeah, I knew you would say that. This is going to be super. I'm going to learn so much more about you. Trapped. Ist das wieder das gleiche Ende? Hand in hand through each and ever. Hat es ja gar nicht gelohnt. Wieso gibst du mir denn am Ende eine Entscheidung, wenn ich eh nicht entscheiden darf, was ich für ein Ende bekomme? In this house is a friendship group. Aber ansonsten war eine ganz coole Erfahrung. War spaßig. War spaßig. Ein bisschen slow. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir reden, würde ein bisschen schneller reden. Und ja, ich glaube, den vollen Spaß aus diesem Spiel holt man halt wirklich raus, wenn man es ohne Streamer-Mode spielt. Ich glaube, dann hat man am meisten Spaß mit dem Spiel. Und dann marcatern. Ich habe mich nie so ein Problem.